Yo, hallo und herzlich willkommen jetzt in einer weiteren Runde Madpack, diesmal wieder mit den lieben Kaden1990. Hallihallo. Und der Spielpirat wieder am Start. So, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen schon was freigebaut. Ein bisschen was gut. Und der Vollständigkeit halber würde ich vorschlagen, machen wir den Scheiß hier auch einfach mal weg. Achso, stimmt. Tada. So. Aua, du wolltest mir mit der Schlipper hauen, wa? So, ich habe ja immer dieser Totenkreuzding gebaut. Ich dachte, da waren Kisten. Ich bin hier mal so hoch. Ich dachte, da wären Kisten drin gewesen. Ich sehe zumindest nichts. Rechts ist irgendwas, weil ich oft mal was gutes Durchsetzen sehe. Ja, hier sind doch diese typischen... Ach, da ist es. Ah, Kohle. Was ist denn da? Ja, ich habe auch schon ein bisschen Kohle gesammelt. Ja, das war jetzt voll spektakulär. Willst du mich verarschen? Nee. Nee. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Nee, Mutti, was? Och, komm schon. Ich habe das ganze Ding hier... Voll groß angekündigt. Und das nächste Mal. Voll gefährlich. Gehen wir durch diesen Gang. Ja. Verarscht. Interessant. Ist nicht. Och, ist doch... Ist doch irgendwie ratten, scharf, eimerig, kacke hier. Ähm... Ich werde trotzdem mal ganz kurz hier Holz abkloppen. Aber da oben kommt Sand runter. Na, ich will ja mal nicht die Büchse der Pandora öffnen. Okay, komm, lass mal die Zinder Zinder sein. Eigentlich könnte ich doch mal was versuchen. Warte mal. Ach, Gott. So geht's auch, ja. Ja, naja, komm. Das ist so ein bisschen... Ein bisschen muss man sich ja schon wenigstens anstellen, oder? Man weiß nie, was man hier für eine Scheiße baut. Aber, oh, fast zwei Stacks. Das reicht für die nächste Zeit, glaube ich. Ich würde auch sagen. Gut. Dann, ähm... Geht's irgendwo runter, wa? Genau. Erstmal, wollen wir hier mal ein paar Sachen abstellen schon mal? Also, ich brauche mal hier das Holz gerade rein. Die ganzen Steindinger brauche ich nicht. Erde habe ich. Zweimal Ember Charge. Was mag ich mit dem Ember Charge eigentlich? Can we use to throw a single Ember? Äh... Oh, vor dem Dispenser und so weiter. Und so vor als Flammenwerfer. Ember Scepter? Hm. Warte mal. Da konnte ich auch nichts mit U irgendwie machen oder so. Doch. Also, ich habe gerade mit U was nachgeschaut. Was? Eins, zwei. Ach doch, da. Ja, ein Ember Scepter ist recht. Wo ein Detect-Damage allerdings nur, ne? Zum Schlagen, aber es schießt Feuerballe. Ah, stimmt. Aber wir haben keine, ne? Wir müssen... Doch, wir haben ja welche. Warte. Hast du gerade die welche... Hast du gerade eins gemacht? Nee, nee. Ich habe noch die anderen geholt. Jetzt müssen wir genug haben dafür. Ja, wir haben... Genau, genau, ja, für einen. Haben wir irgendwie ein Dings? Nee, haben wir nicht mehr. Das wäre nicht so, als ob ich überall Holz hätten und so. Okay, lauf mal zurück. Ja, gut, aber das dauert ja viel länger als geplant. Ja, okay. Jetzt sind wir ja schon tot. Ember Scepter, alte Scheiße. So, wollen wir testen? Äh, nee, 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 nee. Nicht für mich. Komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier. Nein, 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 nein. Ich mache mal was folgendes. Komm mal hier, komm mal so. Ich mach mal so. Ja? Okay. Aua. Aua. Ey, das ist Wasserbasis. Alte, alte Scheiße. Was ist so krass ist daran? Ähm, wenn du damit schießt, du ziehst den auf, also mit kurz passiert nichts, ja? Ich zeig's mir in die Richtung. Okay. Und wenn du ziehst, dann feuert der hintereinander. Ach cool. Bam, 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 bam. Das könnte praktisch werden. Hier, ich geb dir mal kurz, ich kann's mal testen. Äh, man, ich wollte was fressen. Ach cool. Wie geil aus, oder? Gute Sache. Huch, hört auch mal wieder auf. Hallo? Jetzt sag. Ja, du musst loslassen. Ja, ich hatte losgelassen, das war eher das Problem. Ups, okay. Hast du gefressen? Ja. Bin grad voll. Alles klar, dann packe ich hier nochmal das rein. Ich fühl mal noch mehr, da können wir uns zum Zweite schon mal machen, das ist gar nicht so schlecht. Dann brauche ich ein Feuer, willst du das Feuerzeug haben eventuell? Ja, dann gib mir das Feuerzeug. Bitteschön. Aber ist ja ganz nützlich gewesen. Ja. So, und da unten geht's lang? Bereit? Hier ist kommisch, Eide. Du bist so langsam, hast du recht. Alter, da unten steht schon erstmal direkt so ein Vieh. Im Cruised Enderman. Wird. Lass mich verarschen, Alter. Ich seh die Partikel, aber ich seh das Vieh noch nicht. Ach da. Genau, fach ich das mal an. Ja, der ist, der ist, der kommt gleich. Wieso? Weil, äh. Nee, drei hoch? Kann er in drei hoch oder zwei hoch? Nicht, nicht, nicht Dings. Also der Enderman ist drei hoch. Man war doch so, dass er irgendwie nicht porten kann oder so zu stellen, die... Was ist das eigentlich? Ach, hier hast du auch zugemacht. Ah. Oh. Ah, hier war das also. Das kommt dir bekannt vor. Ja. Scheiße. Nein, das war jetzt nicht so, wie es aussieht. Ach, Kohle. Ich mach mal hier so eine Tür. Damit, äh... So. Also. Ach komm, Quatsch. Was? Guck mal. Ach, wir haben ja da drüben noch den Gang. Ah, stimmt. Okay, geh mal ganz kurz hier wenigstens zu machen. Das war jetzt hier. Ja, genau. So, das ist unholdig. Und also, wie viele Leute haben jetzt schon geschrieben, seid ihr bescheuert, da ist doch noch was. Daran hab ich aber auch gar nicht mehr gedacht, dass er da noch in Gang ist. Gar nicht. So, fressen, nehm wir das mal hier weg, machen wir das, das da hin. Okay. Werfen wir die Brüssel des Pandora? Ja, ich mach mal hier. So, mach mal. Wahrscheinlich ist er auch gleich zu Ende der Gang. Vermutlich. Badam, badam. Badam, badam. Also wenn's keine Kreuzweigung gibt, dann. alter ich habe neulich wieder und schon mal am boss mit moment sind die fallen na 100 pro aber ja glostorm was ganz praktisch wäre schaubes 1 und anbrechen 1 hier so ein blade mit 6 attack image oder so oder so nicht gleich mal der besser als meins okay was machen schon ok alles klar hier wenn die sachen noch vielleicht ach geil ich habe schon zehn ember charts ich brauche nur noch einen ein rot mann ein rot kommt stirbt vielleicht vielleicht er will nicht sterben warte ich schon mal den nebengang nicht dass da noch was ist sondern überrascht da nein ich wollte nicht dass mein schwert da rein fällt da geht andere gang ist auch wenn man gefallen tun das ding hier anzünden er hat mein schwert geklaut verdammt das hat mich angezündet der hat mein schwert geklaut mein schwert ist weg dass ich habe ein super schwert gehabt dann habe ich den angeschlagen und er hat mein schwert geklaut scheiße da habe ich das habe ich das ist doch fisch ist verdammte scheiße hier warte mal warte 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 ich habe die sachen zusammengepackt moment 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 ich wollte gar nicht hier denken das und so weiter noch ein blaze war zack komm ich mache dir deinen eigenen stab ole hier kriegst du den der ist leider gebraucht gekraftet ich weiß nicht warum merkwürdig alter 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 ich habe ein iron helm absorption 2 und feier protection 1 raus und verzauerten iron helm auch ja projektier zwei habe ich den geschmissen Alter warte 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 wenn ich jetzt so diese goldenen herzen über meine normalen also ich habe diese normalen herzen darüber habe ich drei goldene hä woher hast du die drei gold denn hier weiß ich doch nicht kann es sein dass diese absurption 2 das ist irgendwie Tatsache stimmt ach geil und ist auf einem helden drauf ja ach wie geil hier guck mal Kannst du das selbst mal angucken? Wann? Irgendwie? Total cool! Das ist die Ausstattung 2! Ach wie cool! Oder? Geil! Das auf einem Helden drauf! Alter, Sachen die man findet, da will man gar nichts selbst bauen oder so. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, ich auch nicht. Aber hier ist ja anscheinend alles möglich. Ja. Tag, und nochmal... Ah, die kann man so werfen, alles klar. Gut, 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 gut! Ja, dann haben wir ja hinten nicht weiter gehabt. Der hat mir ein Schwert gefressen, die Sau. Das kostet mich total an. Naja, egal. Ich bin zu schnell, habe ich gefehlt. Lass uns mal... Ich brauche noch ein bisschen Glowstone, das will ich nicht verschwenden. Warte, ich mache mich nicht dann. Dankeschön. Okay, wollen wir den mitnehmen? Kann man den abbauen? Den Ofen? Äh, den Ofen. Ja, den Ofen, den Endelofen. Den Ofen hast du schon, okay, gut. Gut. Ja, ich dachte mir vorhin nicht aus dem Knick auf sich entscheiden kannst. Meintet lieber besser. Äh... Ist klar. Sicher. Sicher. Quatsch. Ähm... Okay, hier hinten ist aber nichts weiter, oder? Nö. Ist hier wieder nichts? Tote Hose. Wir müssen jetzt doch runter. Warte mal, hier ist... Ähm... Hm? Guck mal, hier ist ein... Wie ihr das hinten? Ne. Ich dachte... Wir können auch einfach die Treppe benutzen. Wir müssen uns nicht runterbauen. Nein, da war jetzt aber so ein Moosstein. Ich dachte, weil er so hinter dem normalen Stein war, dachte ich, das wäre vielleicht irgendwie weiterführend, oder so, aber... Mhm. Ich will mal kurz gucken, was hier hinter noch ist. Nichts außer Wasser. Hinter den Kulissen. Wasser. Äh, Eisen haben wir nicht mehr, ne? Eisen? Ja, sonst hätten wir jetzt noch einen zweiten Eimer machen können. Achso. Ne. Weißt du? Da rumsteht. Ich glaube nicht. Warte, 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 warte. Weil ein zweiter Eimer wäre gar nicht so schlecht, meinste? Ähm... Eisen, Eisen, Eisen. Wir hatten hier Quarz und Eisenhelme, aber... Ne, war? Haben wir nicht. Okay, dann müssen wir runtergehen. Schaut's aus. Oh, Pfeile. So. Ich schließe mal die Kulissen. Jetzt geht's los. Ja. Andershofften wir auch nicht mehr ran. Jetzt geht's los. Komm, wir starten die Folge nochmal rein. Nein. 10 Minuten. Jetzt geht's los. Ach, guck mal. Das da... What the fuck? Da steht da drauf? Irgendwas mit Ninja. Wie Ninja. Das ist ein normaler Enderman, oder? Ich hab's, glaub ich, angeschaut. Ich hoffe doch für dich. Ich glaub, ich zücke doch mein Schwert. Hast du ihn angeschaut oder ich? Ich weiß es nicht, bin aber nicht sicher. Ich hab mal kurz angeschaut, aber ich weiß nicht, ob ich schon gezählt hat. Wo bist du? Boah, Alter, ich bin schon wieder... Ich hab's vergiftet. Der ist oben. Warte mal. Warte mal. Ich hab null... Also ich hab... Der hat nur meine goldenen Herzen weggenommen. Oh! Aua. Na toll, jetzt bin ich vergiftet. Na, super. Jetzt hab ich wieder meine goldenen. Ich war auf... Ich bin auf 10 Herzen runter. Hihi. Oh mein Gott. Wie schrecklich. Jetzt bin ich wieder regeneriert. Sehr geil. Super. Oder hinten ist so ein hässlicher Creeper. Alter, was ist das? Ach, das ist das Eisteil. Ihhh, die Creeper mit den ganz vielen Köpfen. Oh, die sind so eklig. Und hinten ist ein Ender-Auge, glaub ich. Oh nein. Was gibt's noch schönes? Ist jetzt der Enderman weg, oder nicht? Ich weiß es nicht, dass nach oben hin und dann... In welche Richtung wollen wir denn reingehen? Ehe der mit dem Boom draus wirst du, können wir hier rein. Nehmen wir da dann. Ich glaub das schaut doch noch am freundlichsten aus. Vor allem hinten ist... Mach du bloß auf. Wir sind ja nicht beide hier. Warte mal, warte mal. Hier könnten Traps sein, oder so. Ein bisschen aufpassen. Ja. Warte, ich schau links rein. Hier ist ein Spawner. Hier ist auch ein Spawner. Ah, guck mal da ist ein Zombie. Nein, 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 nein. Der kommt bei mir auch. Alter, verhext. 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 Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Echt jetzt? Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? 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 Kommt man da hin? Ohne... Irgendwas? Alter, wie das ausschaut. Äh... Ich bin tot. Ja, ziemlich. Oh, nein! Ich bin... Ja. Ich darf gleich nochmal. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Was ist Hockes? Ich glaub, ich glaub ja mein Schwert. Äh... Ja, wo ist ich denn? Ich hab grad Herz-Regeneration gekommen. Ich krieg den nicht tot. Alter. Alter. Mit einem halben Herz! Ein halbes Herz! Ein halbes Herz! Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Der regeneriert so schnell, das gibt's nicht. Nein, der kommt ja bei dir. Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Was? Ich hatte noch ein halbes Herz. Alter! Ja, das sieht so ruhig aus, waren die letzten Worte, bevor sie starben. Schon, ja. Sag mal, hast du meinen ganzen Stuff aufgesammelt? Ich brauch mein Stuff noch. Meinst... Das ist dein... Ich hab dein Stuff grad, Moment. Ich hab fast gar nichts mehr. Ja. Warte, ich geb dir mal das alles, was ich hier habe. Weil das ist alles dein Stuff, bis auf ein Schwert, das gehört mir inzwischen. Ich will meins noch wieder haben, da ist er hinten. Nein, echt? Ja. Okay, alles klar. Äh... Bloß ich hab nur noch vier Herzen. Komm mal, dann kannst du die hier schon mal an Breaking Weisling gewinnen. Brauchst du noch anderes Schwert irgendwie? Ich hab, ich hab ein Schwert, also... Okay, dann müssen wir mal gucken, wo dein Stuff ist, bevor es verloren geht. Ja. Wo war das gewesen? Da rein. Und dann... Ja, links um die Ecke. Das ist ne nette Spinne. Ja. Die ist... Kann man die... Kann man die... Wo ist mein Zauber? Wo ist mein Fire Rod? Hä? Hast du den? Nein, ich hab ihn nicht. Ich hab dir alles gegeben, was ich hatte. Ach, da ist er. Entschuldigung, ich war blind. Geh mal da weg. Ich guck mal, ob ich durchschießen kann. Ja. Tatsache. Alter. Geil. Aber nur, was er nah dran ist, stand. Ja. Da hätten doch wieder ein paar... Ey, hör mal auf. Jetzt weißt du, was du meinst. Ach so, hat er auch nicht mehr aufgehört. Ja, ja. Genau. Okay, pass auf. Komm, komm, komm. Ah, jetzt hängt sie da fest. Alles, was wir so unterschlagen können. Dem nicht. Sehr schön. Piss dich, Alter. Okay, ich geb dir Rücken. Ich hab noch zwei Leben. Ich geb dir Rücken. Ey Gott. So, ich renn ganz schnell hin. Warte mal, stopp. Pale Spider. Oh, ich soll mich schnell alles ein. Oh, scheiße. Ich komm gerade vorbei. Schnell, 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 schnell. Er brennt nicht. Oh, Alter, ich hab jetzt gerade ein Enderkack gehört. Ja, ich hab's gesehen. Okay, gut. Ich hab mein Zeug, ich hab mein Zeug. Hast du alles? Ich hoffe ja. Du bist in meine Schuhe? Ich sehe meine Schuhe, ne. Ach, da sind sie, okay. Aber so, wir machen zu. Du musst mich gleich töten. Ach ja, du bist schon wieder so weiter. Ich hab nur noch zwei. Aber ich mach jetzt hier unten grad meine Truhe. Ja. Okay. Wenn du das gesammelt hast. Ey, was für ein Schund. Boah. Ich sortier mal kurz meine Schwerter. Alter. Ah. Das ist so ein Stress hier. Wie viel Schwerte ich überhaupt? Es ist Arbeit, oder? Ein bisschen. Pass mal auf, ich tu dir mal einen Gefallen. Ich packe mal oben deine Kiste hin. Ich packe meine über die Crafting Bench. Falls du mal sterben musst, dass man die Sachen einfach so rausräumen kann. Weißt du? Ja. Ja, ich werd dir auch Bock, glaub ich, ein paar Schwerter los. Ich hab nur ein paar dabei. So, du bist ja noch wahrscheinlich full life oder so? Äh, fast ja. Ja, das macht keinen Sinn, Alter. Ich hab jetzt noch zweieinhalb Herzen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werd noch das hier los. So. Guck mal hier, ich hab dir was vorgeworfen. Kannst mich sterben, bitte. Freie Herzen hab ich noch. Dann, äh, gute Nacht. So ein Schwein. Wie oft ich doch gestorben bin. Mensch. Ja. Ich bin so traurig. Ich fühl mich so langsam ohne meine Schuhe. Das ist so ächstend. Du kommst gar nicht aus dem Knick. Du denkst mir mal, ey, was geht ab? Sneak ich noch? Oh Mann. Okay, warte auf. Nimm mal das da hin. Nimm mal das da hin. Pfeile hier hin. Zubauen da hin. Alter, ich brauch ja nicht alles, oder? Ich nehm das noch. Und das noch. Ne Wassereimer. Und die hier. Und ein bisschen was zu fressen. Mach mit der Zombie. Hören wir heute ab. Es geht los. Ja, jetzt wo ich jetzt ausgerüstet bin. Ja klar. Kann wir versuchen. Nochmal. Da ist aber immer noch, da ist aber das Endeauge. Da ist das Endeauge. Was ist das? Hat sich's rübergeportet? Scheiße. Äh, sicher dass du da hin willst? Nein. Du hast es gespottet. Nein. Nein. Kannst du meine Ausrüstung mal packen? Ich stelle mich mal in die Kiste. Ich haue einfach schon mal so. Pro Forma. Wo ist es? Ich weiß nicht. Ich höre es nicht mehr. Ich höre es irgendwie fast krepieren. Das ist gut. Das ist nicht. Das ist da. Hörst du das nicht? Doch. Ich höre es auch. Aber wo ist das? Das ist da? Nee. Okay. Hat sich in die Wand gepostet. Was? Vermutlich. Es ist vielleicht oben. Ich schau mal kurz hoch. Nach oben sind die Sünder oder wie die heißen. Gleich ist er oben und die Roten kommt dann. Bäm. Tot. Nee. Keine Ahnung. Na solange es weg ist. Wohin wir mal so glück. Geh mal links oder rechts rum. Äh. Ich hätte echt gerne. Ich wäre gerne gerade ausgegangen. Weil ich will. Da hinten ist eine Bücherei. Ja. Ich würde den Spawner wegmachen. Ja. Das wäre vielleicht sogar sinniger. Ich habe gerade irgendwas Spawn hören. Ich zünde dich an. Kannst du mal zuschlagen? Ich habe gerade selber ein Problem. Na warum kommen wir nicht in eine Richtung? Entschuldigung. Wer von hinten angerufen? Nein. Ein Earth Ding gedöhnt. Äh. Aber da. Hinter dir kommt einer. Oh. Wo bist du? Hinter dir äh. Ich kann aber. Ich kann aber. Wir können uns ja nicht. Musik. Wir müssen jetzt zurückkommen zurück. Ja. Ich habe mich selbst angezündet. Verdammt. Mein Schwert ist kaputt. Alter. Warum brenne ich denn jetzt schon wieder? Oh. Tschuldigung. Oh. Hilfe. 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 Nur noch einer? Ja. Ja, aber ist nur noch verzaubert. Es ist nur noch der verzaubert. Ah, gekillt. Hast du ihn? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Könnt man ja die Schuhe zu machen? Ich habe eine Verkloppung. Warte, ehrlich. Ja, aber da ist noch ein Brustplate. Ach, scheiße. Ich gehe. Ja, warte mal kurz. Ich kann mir was... So, und jetzt ist es schon zu? So, bin gegangen. Okay, pass auf. Das ist, glaube ich, sowieso meine, oder? Ja. Da, 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 da. Schwert noch. Wir haben beide gleich schlechtes Schwert. Das kann ich dir auch noch geben. Ich muss noch was auch sagen, ja? Ah, die Quatsch auf. Schön. Ich habe noch extra Hosen. Schön. Wenn du damit nicht umgehen kannst, hier kriegst du noch was zu fressen. Bitteschön. Yay. Du hast die ganzen Fackeln, oder? Äh, ja, stimmt. Die Fackeln haben wir noch nicht geteilt. Sorry, hier. So, teile doch zwei. Alter, was ist denn... Ach du Scheiße, was ist das? Was? Schon mal in den Gang, schon mal in den Gang? Entz-zau-taur. So. Ja. What the fuck? Mach mal auf. Mach mal einen auf oben. Geh mal weg. Ich geh weg. Soll ich jetzt beide bögen? Ne, da ist einer. Man muss doppelt draufklicken, ne? Moment, 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 Moment. Warum mache ich jetzt nur noch dreieinhalb Leben? Schon wieder. Hä? Okay. Ich war's nicht. Glaub ich. Stirb. So. Ich könnte die zwei mal zusammenpacken. Okay. Ich hab einen Spawner weggehauen. Ach. Warte, 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 warte. Warum brennt der nicht? Weil der nicht brennt? Ach, weil er da nicht ist? Weil er da irgendwie nicht ist? Oh, warte mal. Hier ist ein Blüchsel. Äh. Ja, 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 ja. Geh einen Schritt zurück. Geh nochmal abwechseln. Oh, da hinten kommt was, was ich nicht gut finde. Aua. Oh, sorry. Da hinten ist ein Mana, äh, äh, Dings, äh, da. Mana Elementar. Warte mal. Warte. Es brennt. Und die Fledermaus auch. Tut mir leid, Fledermaus. Das ist ein Kollateralschaden. Das ist weg, so. Äh. Versuch ein bisschen auszuleuchten in die Richtung. Oh, Tin Ingot. Okay. Alter. Scheiße, 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 scheiße. Was ist denn das? Mach grad ein bisschen zu. Ich hab hier was. Ich mach eh dicht. Das geht so nicht. Äh, when you right click on a block, it checks your inventory to Caesar and the blocks in the same kind of inventory, äh. Äh, ja, was? Guck mal, warte mal. Stopp, stopp. Lass mal. Warte, ich will bloß. Brauch mal ein Block. Ne, ne, lass mal stehen. Lass mal stehen. Lass mal so. Weg da. Komm mal weg. So. Was machst du da? Guck mal hier. Hä? Was hast du da? Was hast du da? Guck dir mal ein Stab. Was ist der aus? Ex-spiel, let's want? Oh, Kripper! Oh, oh, oh! Bist du doof, ey! Oh, nein, 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 nein! Ehh, wir spielen aber auch ganz ungefährlich hier gerade. Ach, Gott. Wie, wie, wie geht das? du musst auf einen aufklicken und er guckt ob du die gleiche material in einer kiste hast ja ich hab schon eine erde habe ich ja so war das werk hast du noch erde also wenn du keine last so fressen mein leben alter ich habe drei extra leben aber dafür die hälfte meines normalen lebens was soll die scheiße auf wie viel level wir hier unten mal hatten oder mir fällt aber gerade auf meinen schwert was sind das so ein brenz kann ich mir jetzt muss mein schwert noch besorgen so guck mal da kann man doch alles hier reinpackt wasser eimer wäre gar nicht so schlecht ich habe keine creeper 140 leben ich habe ja ein problem hier weg weg lauf 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 scheiße feste ich habe nicht erwischt auch scheiße ist ja auch noch hell dunkel andersrum stirb alter nein es ist nicht anstrengendes mit weg nein überhaupt nicht das essen hier geht es runter jetzt habe ich einen bogen dabei aber hat keine pfeile mitgenommen ja komm her ich habe pfeile und nein das ist in der auge wieder scheiße guckt nein aber es ja da danke ich habe noch respiration 1 was ist denn das bitteschön oder nein ich hoffe es hatte ich mir gericht dass ich in die richtung geschaut hat blödes ender auge was ist ein haste 1 wenn ich fragen darf geschwindigkeit also zum abbauen abbaugeschwindigkeit eigentlich erhöhte okay komm mal hier ich geb dir mal was ich jetzt ein besser welche behalte ich mich nimmst du guck mal hier jetzt mal die meine schuhe ich habe zwiftniss 2 protection 2 und haste 1 auf meinem schuh haste auf dem schuh ichiern ich wäsche mich immer führten der rot сделал weg war es in jeder helden st chili grund 46 bei ausblitzen natürlich in dem possível zu wissen ach ja pfb ist die cũng dass laufen beide so schnelltv ist ein wichtiger ob es nicht лучше man bei 2015 Ach wie geil. Weißt du was Vespiration ist, wenn ich fragen darf? Unter Wasseratmung. Unter Wasseratmung? Ja, Vespiration. Sehr gut. Du hast dir hier ganz aufgemacht. Oh oh. Ach wie cool. Nein, ich wollte dich nicht angucken, du bist mir ins Gesicht geflogen, du Arsch. Bitte. Hab dir geholfen? Oh oh, den müssen wir kaputt machen. Oh, hier ist ein Verzauberungstisch. Du brauchst keinen mehr machen, wenn du den hier abbaust. Nein, du hast recht. Wie endgeil. Oh, hier sind noch Pfeile drin, kann ich auch mitnehmen? Nö. Scheiße, keine. Fackel mehr, da ist ein krasses Fackel. Ja, ich habe mir nur die Fackel gerade geklaut. Was ist ein Light 1? Gerill. Das ist effektiv gegen Untote. Ja. Ich muss mich noch dran gewöhnen mit dem Laufen hier. Uh, Skelett. Ist heftig. Oh, guck mal hier unten darfst du nicht reinrennen. Komm, Skelett, da bist du doch. Oh, normales Skelett, ist ja fast langweilig. Aber rennst du hier rein, ne? Bist du rüber gesprungen oder was bist du? Ne, ich bin auch so rumgegangen. Ja, dann passt auch, dass du nicht reinrennst. Kommt, scheiße. Ich habe bestimmt geile Fallen bauen, so irgendwie ums eigene Haus herum, wenn wir Monster haben oder so. Ja. Boah, wir sind gerade wieder Fackeln ausgegangen, warte. Habe ich noch Kohle? Wo willst du, wo ist ein Fieber? Was kommt da denn überhaupt? Wow! Was, brauchst du Hilfe oder? Halt? Irgend so ein Fiat auf mich. Was macht der überhaupt? Der schießt Schneewelle auf mich oder? Oh, du hast ein Enderauge. Zieh dich. Alter, was ist denn da hinten? Oh, okay. Ja, rennt der jetzt mal voll am Zoll. Ja, pass auf, wenn du hier darfst du nicht reinrennen. Ah, ich seh schon. Oh, 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 oh. Oh, ist er sich fast nicht geschlagen? Ist das schon wieder so ein Anvil? Ich sag dir ja fast. Alter, das ist so weitläufig und wie groß. Boah! Boah! Boah, Alter! Alter, ich lese dir jetzt mal vor, was ich auf meinem Helm habe, okay? Protection 2, Respiration 3, Aqua Affinity 1 und Unbreaking 1. Wow! Okay. Ich kann jetzt schwimmen gehen. Ist so notwendig hier. Ja, klar. Also... Oh, man. Wow! Ich hab so ultra krass geile Sachen abgestoppt. Oh, bist du ein... Ich hab... Wenn sie beide so schnell wegrennen, ist echt ein Problem. Ja, sag ich doch. Ich hab bloß ein bisschen ausgeleuchtet und eine Falle deaktiviert. Mehr oder minder. Wow. So. Aber hier haben sie es echt gut gemeint mit den Fallen, oder? Der... Hier ist zwischen... Ach, das bist du ein Nebengang. Oh, der ist so gestorben. Hab ehrlich. Achso, du bist im Nebengang? Ja. Ich leuchte den grad aus. Oh, guck mal. Ich hab hier grad Aluminium-Ordings gefunden. Sehr gut. Drei Büsche. Die sind's alle noch unten in der Falle, oder was? Man! Also, wenn du so eine Fallen findest, sammle die mal ruhig ein. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Nö. Was machst du? Hm. Keine guten... War's doch nicht Etta? Nichts gut. Woah! Oh, oh. Was machst du? Wie bist du da reingekommen? Ja! Dadurch! Das sind hier diese Trap-Kack-Dinger hier. Das sind die unsichtbaren. Hä? Wie, hä? Wie kann man denn so blöd fragen nach, hä? Die haben hier so eine unsichtbare... Diese Blöcke, diese... Diese... Keine Ahnung was. Aha. Und da bin ich rauf. Von oben waren das Steine gewesen. Okay. Und deswegen bin ich reingefallen. Diese Rattenviecher hier, Alter. Ich hab dich gesehen und hab nur noch Augen für dich gehabt, Mann. Achso, ja. Tut mir leid. Wirklich. Ich bin halt unwiderstehlich. Warte mal, ich glaub, ich esse jetzt erstmal... Ich esse jetzt erstmal zur Feier des Tages einen Banana-Split. Hm. Ich brauch auch Ewigkeiten mit dem Essen beim Banana-Split. Aber ist auch klar, du musst dir hinterher die Hände sauber machen und so. Ja, klar. Äh, was ist denn hier hinten? Ah! Du hast es auch mit den Dingern, oder? Mann! Oh, oh, oh. Äh, ja. Genau, du Eimer, Alter. Bitteschön. Du hast es aber auch mit den Dingern. Du rennst mir hinterher. Du Freak. Alter. Ich hab doch grad davon erzählt. Ich hab gedacht, du bist in die anderen reingefallen, die so offensichtlich waren, weil du zu schnell warst. Ja. Nein. Da bin ich nicht reingefallen. Weil die waren ja so offensichtlich. Oh Mann. So ein Dreck. Ah, hier ist ne Kiste wenigstens. Oh Gott, warte mal. Ich muss da drüber was abhauen. Projektteil 1 Oberteil. Spicy Green. 18 mal Essen. Oh, ich hab nen Electrical Steel. Und ich hab nen Yeta Ranch für Ender IO. Mhm. Ah, ja. Ich hab keine Fackeln mehr. Und Orange Chicken hab ich auch. Äh. Na klar. Und Splash Potion of Harming. Instant Damage. Alter, ja, was soll ich denn mit dem? Ich kann ja nicht so viel aufsammeln. Hilf mal. Was denn? Ich muss hier, äh, und so. Ich, ähm. Ich muss hier regenerieren. Hast du schon wieder irgendeine Falle? Ich bin schon wieder voll mit Leben. Wo bist du denn? Hier. Ach da. Ja, du bist doch schnell weg. Ja, woran es wo liegt? Oh, cool. Das haben wir hier schönes. Nehmen wir die Rüstung nochmal mit. Da ist ein Skelett mit. Da ist ein Skelett mit. Ja, ja. Hat's auch was nen Bogen? Das ist ne Spinne. Äh, Kürbis aufm Kopf. Warte, ich muss ja kurz die Spinne töten. Ja, du warst zu spät, Mann. Ja. Oh, ihr liebt too late. Ja, ich weiß. The late for me. Was ist das denn? Ich hab Bücher. Wenn ich hier Bücher finde, sammle die mal mit ein, ja? Okay. Warte, eigentlich ein Buch drin. Du, w- wo müssen wir eigentlich hin? Also, wo war, wo war das wohl wahr? Ich weiß es nicht. Also, hier ist, geht's wieder hin. Hö, ich bin. Nein. Kusch. Echt, Mann. Oh, das ist der Zaubertisch. War das der, der, war das ein anderer? Ich hoffe, das, äh, darum ist es der gleiche, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo wir nach Hause kommen. Nee, hier ist falsch. Doch, warte. Nee. Wo hast, wer hat, ist das hier? Äh, ja, nein, ja. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ich esse erst mal einen Bananasplit. Ja, 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 ja. Ja, hier, hier ist richtig. Okay, mach mal das raus, mach mal das raus. Ich hab gar keine Kisten mehr dafür. Ähm. Oh, Kiste. Äh. You know what I mean? Äh, äh, ja. Es ist heavy, heavy, heavy Jete hier. Das ist der Name. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, wir machen mal ganz gepflegt einen Aufnahmestopp. Jo. Gehen ganz kurz bei Moody und Dein Rockzipfel und werden heulen. Und werden dann gleich wieder hier erscheinen. Oder? Mit Moody's Rockzipfel. Mit Moody's Rockzipfel. Huch. Äh, war schön mit dir und wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin. Tschö. Bis.